Als Kind hatte man früher das Gefühl, die Sommerferien würden ewig dauern. Jeder Tag liegt nicht dem anderen. Man könnte immer etwas Neues erleben. Doch mit dem Erwachsenwerden ist alles verschwommen. Stunden fühlen sich an wie Minuten. Monate wie Wochen. Man hatte immer wieder den gleichen Alltag und unser Gehirn fässt das Ganze zusammen. Aber wie kann man Zeit wieder verlangsamen? Die Spirale stoppen? Geh raus, erleb was. Kein Tag sollte der Mantel gleich. Füll dein Leben mit neuen Erfahrungen und Erinnerungen. Probier mal was Neues aus. Damit dir nicht eines Tages das Gleiche passiert wie mir. Wenn Zeit viel zu früh stehen bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020